der ganzen Welt. Aus politischen oder weltanschaulichen Gründen sitzen jetzt auch Menschen in irgendwelchen Gefängnissen, obwohl sie nichts getan haben. Das ist staatliche Willkür. Aber wenn der Spruch eines Richters in einem demokratischen Land einen Unschuldigen 35 Jahre hinter Gitter schickt, dann muss das ganze System hinterfragt werden. 2010 war das erste Jahr, das James Bain in Freiheit verbringen durfte, nachdem er 35 Jahre unschuldig in einem amerikanischen Gefängnis gesessen hatte. Ein Leben in Freiheit, das ist für James Bain etwas Unvorstellbares. Der Amerikaner sitzt 35 Jahre unschuldig im Gefängnis. Es ist das Jahr 1974, als das Unheil über die beiden Geschwister hereinbricht. James Bain wird von der Justiz beschuldigt, einen neunjährigen jungen sexuell missbraucht zu haben. Mitten in der Nacht holt ihn die Polizei ab. Stattdessen beginnt für den Teenager bittere Realität. Mit gerade mal 19 Jahren wird James Bain hinter Gefängnismauern weggesperrt. Das Urteil lautet, lebenslänglich. Seine Zwillingsschwester zweifelt nie an Bains Unschuld. Doch Jahre vergehen. Und die Einsamkeit lässt James Bain verzweifeln. Dann die Wende. Nach 35 Jahren Haft beweist ein DNS-Test Bains Unschuld. Unsichere Schritte eines Mannes, der knapp zwei Drittel seines Lebens in Gefangenschaft verbracht hat. Bain ist 54 Jahre alt, als er seine Schwester das erste Mal wieder in Freiheit zieht. Keine Mauer und kein Gitter trennen sie mehr. Im ersten Handy-Telefonat seines Lebens informiert Bain seine kranke Mutter über die wiedergewonnene Freiheit. Ich werde meine Mutter sehen, die ich gerade aus dem Telefon zu sehen. Das ist das wichtigste Sache in meinem Leben in diesem Moment. Herr, Sie sind ein Freemann. Congratulations. James Bain. Good evening. Welcome. Good evening. Welcome. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Begleitet wird er von Seth Miller. Er ist Anwalt der Innocence Project Organisation, die sich um Gefangene kümmert. Und ihm ist es im Wesentlichen und seiner Organisation zu verdanken, dass dieser Mann heute frei ist. Mr. Bain, Sie haben mit 19 die Freiheit verloren und sind als erwachsener Mann 35 Jahre später in eine Wirklichkeit zurückgekommen, die Sie nicht miterleben konnten. Es gab Handys, es gab Computer. Was hat Sie am meisten gefordert in dieser neuen Welt? Und waren Sie überrascht, einen schwarzen Präsidenten zu finden? sehr überrascht über einen schwarzen Präsidenten. Ich war wirklich völlig baff, dass sowas in meinem Leben noch passieren würde. Denn ich hätte mir nie erträumt, und sicherlich auch meine Mutter, die hätte auch nie erträumt, dass das passieren würde. Aber es ist passiert, es hat funktioniert. Und das war wirklich faszinierend. Und ich bedanke mich sehr bei Gott dafür. Mr. Bain, ich habe Ihren Großmut bewundert, als Ihnen ein Richter gesagt hat, you are a free man, Sie sind ein freier Mann. Da hätten Sie doch aufschreien müssen und sagen, ja, aber was sagen Sie Ihrem Kollegen, der vor 35 Jahren mich ins Gefängnis geschickt hat, auch ein Mann des Rechts. Was sagt der jetzt? Der hat mich wahrscheinlich längst vergessen. Sie haben sich gefreut, aber war da nicht auch diese Verzweiflung? 35 Jahre meines Lebens zu Unrecht im Gefängnis. Keine Rachegefühle? Keine Rachegefühle, überhaupt nicht. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe meine ganzen Probleme, nehme meine Sorgen Gott anvertraut. Ich habe es ihm übertragen. Er sollte mich beschützen von Mütterkeit in meinem Herzen, über das, was mir passiert ist. Das ist der Grund, warum ich so darauf vertraut habe. Ist auch das der Grund gewesen, dass Sie 35 Jahre im Gefängnis überlebt haben, in der Kenntnis, ich sitze hier zu Unrecht? Das war eigentlich nicht der Grund. Ich habe einfach Tag für Tag bewältigt im Gefängnis. Ich bin eigentlich zum Christen geworden. Es ist mir klar geworden, nach den ersten zwei Stunden in der Freiheit, nach 35 Jahren, ist mir klar geworden, wie ich dazu geworden bin, wie ich schon gesagt habe. Es ist meine Aufgabe, in der Gesellschaft zu leben, ein guter Bürger zu sein und das ist mir von Gott anvertraut worden. Das ist mir in den zwei Stunden klar geworden, in denen ich von den Medien bombardiert wurde, mit meiner Familie in Kontakt kam. Und dazu bin ich jetzt geworden. Haben Sie, Entschuldigung, haben Sie damit gerechnet, noch mal freizukommen oder hatten Sie sich nach 35 Jahren mit dem Schicksal abgefunden? Nein, ich habe nie gedacht, ich würde frei werden. Ich habe gedacht, ich sterbe im Gefängnis. Seth, es gibt diese Organisation, der Sie angehören. Er hat mit einem Langmut und mit einer Souveränität, die ich nicht haben könnte, gesagt, er ist nicht voller Rachegefühle gegen ein System, gegen eine Gesellschaft, die ihn weggeschlossen hat, obwohl er unschuldig war. Sie sind ein Mann des Rechts. Sie haben Justiz studiert. Wie kann man noch an das Recht glauben, wenn man Zeuge davon wird, wie es manchmal versagt? Ja, es ist wirklich schwer, noch an ein Rechtssystem zu glauben, wenn man jemanden wie James sieht, der 35 Jahre im Gefängnis verbracht hat. Und dann kam er heraus und dann hat er gesagt, es hat doch noch funktioniert. Und ich glaube, das ist wirklich kein Beispiel dafür, dass das System funktioniert hat. Nein, er ist herausgekommen, trotz des Systems, einfach weil ein paar recht schlecht bezahlte Anwälte und ein paar Jurastudenten ganz hart gearbeitet haben, um ihn frei zu bekommen. Das ist unglaublich. Und er hat sozusagen Glück im Unglück gehabt, denn er saß in Florida im Gefängnis und haben dadurch eine stolze Summe von 1,7 Millionen Dollar bekommen. In Deutschland hätte er 51.000 Euro bekommen für 35 Jahre Knast, denn da wird einem noch 7 Euro pro Tag für Kost und Logis abgezogen. Also da kann er sagen, er hat noch Glück gehabt. Aber das ist jetzt was anderes. Seth, haben Sie den Eindruck, dass er ein Glücksfall war, weil Sie ihn rausbekommen haben? Haben Sie den Eindruck, dass es noch viele Menschen gibt, die ebenfalls unschuldig im Gefängnis sitzen und denen Sie versuchen zu helfen, aber Sie werden nicht allen helfen können? James ist wirklich absolut der größte Glückspilz, den wir getroffen hatten. Natürlich, er hatte wirklich Pech, was ihm passiert ist, aber er hatte andererseits Glück, weil er noch auf diesen DNS-Test zurückgreifen konnte und der dann seine Unschuld bewiesen hat. Es gibt in Florida und den USA noch viele unschuldig im Gefängnis sitzende Menschen und bei der Organisation, wir wollen diese Leute Freiheit schaffen. Da war wenigstens, was sich für ihn als glücklicher Umstand erwiesen hat, es gab wohl noch eine Hose des Opfers, wo man nach 35 Jahren noch DNA-Spuren gefunden hat. Also Gott sei Dank, dass die zumindest vernünftig abgeheftet worden ist, denn sonst hätte er keine Chance mehr gehabt. Es ist unglaublich. Also das fasziniert mich und Sie haben Gott sei Dank offensichtlich auch im Gefängnis Kontakt zu einer jungen Frau bekommen, mit der Sie heute zusammen sind. Auch da hat er noch mal Glück gehabt. Wir haben sogar, glaube ich, ein paar Fotos von Ihnen mit dieser jungen Frau. Sind Sie mit ihr zusammen noch? Also das muss, glaube ich, zumindest für Sie jetzt ein Gefühl sein, wenigstens Geborgenheit gefunden zu haben bei allen Menschen und das ist sie. Also man sieht Ihnen das Glück an und ich hoffe, dass Ihnen das Glück in 2011 treu bleibt. Herzlichen Dank für den Besuch. Ihnen ganz besonders viel Kraft für diese weitere Arbeit und noch einmal meinen größten Respekt vor Ihrem Verhalten und vor Ihrer Geduld und ja, einfach auch, dass Sie diesen Gleichmut besessen haben, der Sie offensichtlich über diese 35 schwierigen Jahre gebracht hat. Herzlichen Dank, James Bain. Danke sehr. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Es war ein Pfeil. Danke. Bye-bye. Good luck for you. Auch 2010 hat uns wieder gezeigt, wie kurzatmig unsere Welt geworden ist. Eben standen noch die Gewinner der Olympischen Winterspiele auf dem Siegerpodest. Schon schwenkte Deutschland im Sommer die Fußballfahnen und dann wurden die Helden des Sommermärchens von Sebastian Vettel in der Formel 1 abgelöst. Sie wurden sozusagen überrundet und umso mehr ist es meine Pflicht und die Pflicht eines Jahresrückblicks, noch einmal die sportlichen Ereignisse ins rechte Licht zu rücken, die bereits Anfang des Jahres stattgefunden haben. Die Olympischen Winterspiele in Vancouver. Die Welt zu Gast in Kanada. Auch im eisigen Norden springt der Olympische Funke über. Es werden Spiele mit vielen magischen Momenten und goldenen triumphen. Doch gleich zu Beginn der Schock. Ein georgischer Rodler stirbt beim Abschlusstraining. Auch 2010 gilt, dabei sein ist alles. Doch das reicht Kanada nicht. Das Gastgeberland ist in Gewinnerlaune. Mit 14 Goldmedaillen wird Kanada Nationensieger. Aber auch Deutschland ist im Goldrausch. Zehnmal Gold, 13 Mal Silber und siebenmal Bronze. Deutschlands Athleten im Winterwunderland. Gold für das deutsche Duo! Jawohl, das ist es! Manche überraschen sich selbst, andere schlagen sogar doppelt zu. Gold für Maria Riesch! Da ist das Ding! Ich kann nicht mehr sagen, als dass es einfach der Wahnsinn ist. Auch Magdalena Neuner mit Doppelgold. Unser Medaillenspiegel hat ganz viel weibliche Anteile. Acht von zehn Goldmedaillen gewinnen die Frauen. Wintersportnationen wie Norwegen oder die Schweiz hat Deutschland hinter sich gelassen. Ein schwarz-rot-goldener Triumphzug. Auch wenn manchmal die Medaille schon verloren schien. Und eine Legende macht ein Abschiedsgeschenk. Gold für Lange! Sein viertes Gold! Er ist der größte Pilot aller Zeiten und jetzt geht alles unter im Jubeln. Seit 150 Jahren fahren die Menschen Bob. Keiner war je so perfekt wie er. Vier olympische Goldmedaillen. Das hat noch keiner geschafft und das in nur vier Rennen. Guten Abend unseren Gold-Jungs André Lange und Kevin Kruskel. André, guten Abend. Herr Wendt, herzlich willkommen. So André, hast du dich vom Blond verabschiedet? Vom Gold? Vom Blond nicht. Jetzt kommt langsam das Friedhofsblond durch. Ach so, das ist ein Arktik-Arktik-Blond. Okay, Arktik-Blond. André, ja das war zu Beginn des Jahres und denkt man sich da als Sportler, wenn man diese Momente sieht, ja eigentlich kann man nur sie selbst sich im Hirn bewahren, aber die Zeit geht zu schnell darüber weg. Dann haben die Jungs im Fußball die Herrschaft übernommen. Sagt man da, na schon vergessen oder weiß man als Sportler, dass das einfach so ist? Die Zeit ist zu schnelllebig geworden. Ich sage mal so, ich habe jetzt eben wieder wirklich Gänsehaut gekriegt, das ist mir wieder eiskalt den Rücken runtergelaufen. Wenn man die Gesamtheit dieser olympischen Spiele immer sieht, die Eröffnungsfeier, wo ich ja Fahrendräger sein durfte, dann das Rennen, dieses Viererrennen, wo es ganz schön knapp war, zwischen sein oder nicht sein und dann jetzt dann nochmal diese Freude letztendlich. Also es ist im Kopf immer da. Im Kopf und man selbst weiß, das kann dann keiner mehr nehmen. Kevin, für dich auch. Der zweite Mann im Bock, du hast nie darunter gelitten, dass du ja sozusagen nur ein paar Anhalter mitgefahren bist. Du bist wichtig beim Start und am Ende und dann ja, hast ihn aber schon während der Fahrt motiviert. Ich habe ein paar günstige Tipps gegeben für die Kurve. Nein, nein, ja, die Aufgabe eines Bremsers ist, ihn in dem ordentlichen Geschwindigkeit in die erste Kurve zu schicken, dann möglichst still zu halten, ein bisschen Rhythmus zu machen und dann zur Siegerehrung zu bremsen. Das ist euch das Perfekteste gelungen. Trainierst du immer noch oder behält man als Sportler einfach diese Athletenfigur? Also ich muss sagen, leider hat André aufgehört. Ich mache die nächsten Zyklus noch weiter bis Sotschi. Ja. Leider nicht mit André. Die vier Goldmedaillen, wo sind die? Wie oft holst du die raus? Ich sage mal so, ich laufe an ihnen vorbei, wenn ich ins Bett gehe. Ich laufe an ihnen vorbei, wenn ich aufstehe. Ich sehe sie öfters. Mhm. Es gibt ja die Diskussion, Winter-Olympiade, demnächst wieder in Deutschland. Gute Idee? Unterstützt ihr das? Es wäre gewaltig. Es wäre zum einen für die Sportler gewaltig, es wäre einfach für die Deutschen auch wieder gewaltig. Olympia erleben, das ist so etwas ganz Besonderes. Man kann es auch nicht in Worte fassen.